Jetzt auf 100% Zeit Nicht schon wieder AHHHHH Werfen und sehr schön Jetzt gibts gleich aus So und jetzt auch Muss doch Muss doch Muss doch möglich sein Soll ich doch verarschen Sollten alle Kombinationen ausprobiert werden E und A Und das klingt auch nichts Sollten alle verarschen Sollten alle verarschen Also Und die Auch But Das ist so gut. Oh Leute, weil ich gerade nicht so gesprächig bin, aber ich muss mich gerade echt konzentrieren, wie sie das meinen. Super E. Ich habe jetzt schon probiert E, dann A. Die ganze Zeit E gedrückt, dann A. Nur E gedrückt, nur A. Wir haben schon alle tausend Kombinationen durchgegangen. Wirklich nichts hier. Hat er hier mal eine Ausweichmann oder so? Was soll das denn? Also wenn das jetzt in den nächsten 5 Minuten nichts wird, dann tut mir Rückgleitung, unterbreche ich mal die Aufnahme. Und guckt mal geheim, wie es geht. Ich weiß, das kann ich euch ja nicht anschauen. Innerhalb Stunden an dem Ding umlaufen. Und außerdem will ich nicht meine Verzweiflung zeigen. Jetzt schießt du doch wieder, sehe ich doch, oder? Ne, dann nicht. Aber jetzt schießt. Komm, 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 komm. Also wenn ich mal E drücke, geht er schon mal weit nach rechts. So, die Frage ist, der geht ja nicht weit genug nach rechts. Also der hört dann ja irgendwann auf. Und ich muss wahrscheinlich noch irgendwo zusätzlich drücken. Da muss ich ja ganz nach rechts gehen. Ich kann mir vorstellen, dass man den vielleicht irgendwie an die Säule hauen muss. Dann greifische Gläser Sie sich nicht zu Ende. Komm, 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 komm. Oh mein Gott, komm. Da geht nicht so weit. Also das geht nicht. Da geht nicht, da geht nicht. Also das geht nicht, da geht nicht so weit. Dann warte, komm, komm. YouTube-Sack ist noch nicht so weit. Ich bin gerade viel kompetent, eindeutig, aber naja, kann man nichts machen, kann man nichts machen. So, jetzt aber los hier und zack und rüber und Haken schlagen und so und jetzt, jetzt ich weiß eh nicht wofür das Lichtschwertwerken da ist, das klingt ja eh nichts. Ich wusste, dass ich irgendwann runter falle, waren wir so klar. Ich bin so oft schon haarscharf, komm vorbei, naja, dann würde ich sagen, dann probiere ich das, vielleicht mal geheim, weil ich glaube ich bin aber ein bisschen unfähig. Also wir sehen uns gleich, sofort wieder in der nächsten Aufnahme. Tschüss da. Tschüss. Tschüss. Komm, komm her, komm her, komm, 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 volles Feuer, komm, volles Feuer, komm, volles Feuer. hui. Oh, was soll das denn? Was ist denn das für ein Bug? Okay. Gut, dass das noch auf der Aufnahme drauf war, was war denn das für ein geiler Bug? Okay. Okay, alles klar. Also wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.